krasse Blender einfügen. Noch einmal ein herzliches Willkommen zu diesem Tutorial. Hatten wir ja nicht schon mal. Hatten wir jetzt nochmal. Ist ja auch vollkommen egal. Denn heute geht es darum, eine Lichtkegel zu erstellen. Ihr kennt das zum Beispiel bei Zelda Link to the Past, wo man, wenn es ein dunkler Raum ist, einfach so ein Lichtkegel hat und eine begrenzte Sicht hat. Das werden wir heute im Epigemaker MV nachstellen. Ich hoffe, ihr werdet Spaß dabei haben. Ich hoffe, ihr könnt es hinkriegen. Es ist ziemlich einfach. Ihr müsst nicht viel coden. Es sind ein paar Zeilen. Ein bisschen Gimp-Arbeit ist dabei, aber das kriegen wir schon hin. Ihr könnt die Gimp-Dateien, die ich in diesem Tutorial erstelle, natürlich wie immer in der Videobeschreibung unten downloaden. Wenn ihr das nicht selbst hinkriegt, ist aber ziemlich einfach. Müsst ihr hinkriegen. Jetzt will ich aber nicht mehr lange reden. Hier geht es ab mit dem Tutorial. Als erstes erstellen wir eine Map. Beim Erstellen müssen wir einen kleinen Trick anwenden. Und zwar baut dicke Außenwände, sodass der Player, egal wohin er läuft, immer in der Mitte der Map ist. Somit sparen wir uns umständliche Event-Codes. Ihr seht später, was damit gemeint ist. Solltet ihr nun fertig sein mit eurer Map, öffnen wir den Projekt-Ordner. Navigiert zu Images. Dort erstellen wir eine neue Bild-Datei. In meinem Fall habe ich ein Titelbild kopiert. Solltet ihr eine eigene Auflösung für euer Game benutzen, müsst ihr das Bild später noch hochskalieren und auf die Auflösung anpassen. Öffnet nun dieses Bild mit dem Bildbearbeitungsprogramm, am besten Gimp oder Photoshop. Erstellt eine neue Ebene, füllt diese mit schwarz und löscht die darunter liegende Ebene. Schneidet nun mit dem Lasso-Tool einen kleinen Lichtkegel hinein, das ungefähr mittig ist. Dann löscht ihr den Inhalt, sodass es transparent wird. Macht noch einen Weichzeichner drüber und speichert es ab. Solltet ihr nicht wissen, wie es geht, könnt ihr meine Dateien, die ich erstellt habe, runterladen. Link in der Videobeschreibung. Macht dies jetzt für alle vier Blickrichtungen. Wenn ihr das habt, geht es nun ans Eventen. Da der Held auf unserer Map immer in der Mitte ist, gibt es nicht viel zu tun. Erstellt ein neues Event und setzt es auf Parallelprozess. Klickt doppelt auf die leere Zeile und wählt bedingte Abzweigung. Dort wählen wir Charakter, Spieler ist nach unten zugewandt. Macht einen Haken bei Else-File und klickt auf OK. Wir klicken nun doppelt in die Bedingung und wählen Bild anzeigen aus. Wählt das Bild für die Gesichtsrichtung nach unten aus und klickt auf OK. Kopiert nun diese ganze Bedingung und fügt es in den Else-File ein. Jetzt ändern wir die Blickrichtung nach links und das Bild für die linke Blickrichtung. Wiederholt diese Schritte nun für rechts und oben. Bei der letzten Bedingung könnt ihr den Haken des Else-Files löschen. Ganz unten bei Beenden setzen wir jetzt noch 5 Frames warten ein. Das machen wir, da es sonst ruckeln würde, wenn bei jedem Frame ein Bild angezeigt wird. Ganz oben füge ich noch ein kleines Script ein. Das speichert die Bilder in den Speicher, bevor es angezeigt wird. Denn wenn ein Bild im Maker zum ersten Mal angezeigt wird, dauert es ein paar Frames, damit es geladen wird. Wenn wir ohne dieses Script jetzt einen Test machen würden, sehen wir, dass das Bild für die neue Gesichtsrichtung kurz weg ist, bis das andere Bild angezeigt wird. Dieses Problem umgehen wir damit. Ihr müsst nur den Namen der Datei hier einfügen, das machen wir ebenfalls für alle 4 Bilder. Das Script ist in der Videobeschreibung. Ach ja, und verwendet den Befehl Script und nicht Plugin-Befehl. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das war auch schon alles, was wir machen müssen. Wir sehen, wenn wir uns bewegen, wird immer das neue Bild für die neue Gesichtsrichtung angezeigt. Ja, jetzt ist es mal wieder soweit. Das war es jetzt mit dem Tutorial. Das Tutorial ist jetzt zu Ende. Und es ist wahrscheinlich mein letztes Video dieses Jahr. Eventuell. Vielleicht kommt noch eins, ich bin mir nicht sicher. Zeit ist momentan eine Bitch. Wenn wir uns vor Weihnachten nicht wiedersehen. Frohe Weihnachten, frohes Neujahr. Lasst es krachen. Oder lasst es nicht krachen. Umweltschutz und sowas. Dann sage ich schon mal vorsorglich, bis nächstes Jahr. Man zieht sich, rutscht gut hinein, rutscht gut runter, rutscht gut hoch. Wie auch immer. Bis dahin. Tschüssi Kurski. Musik